Grüß Euch! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie man sieht, geht es heute um das Thema Servomotoren. Ich habe euch da mal so kleine Paletten von den Motoren hergerichtet, die ich für meine Umbauten verwende. Wie man sieht, sind sehr viele davon von der Firma GMC. Das kommt daher, dass sie relativ günstig sind, dass die Endstufe schon integriert ist. Und das eigentlich in der Regel sehr leicht zu parametrieren sind. Wenn man jetzt nur diese Servomotoren dafür verwendet, dass man so wie ihr da seht, so eine CNC-Achs betreibt, dann braucht man noch das Programmierkabel. Das war wie zum Beispiel über AliExpress direkt bei GMC gekauft. Das gleiche Kabel kriegt man aber auch bei Sorotec oder CNC-Technics. Natürlich auch bei vielen anderen. Dann braucht es ja noch die Software. Und dann ist es am gescheitsten, ihr macht es da so wie ich. Ich suche euch eine gescheite YouTube-Videos aus. Ich habe zum Beispiel sehr viel von IND-CNC gelernt, auch von den Normio. Und nachher ist die Parametrierung eigentlich überhaupt kein Problem. Tja, was ihr euch wahrscheinlich denken. Das ist ja ein tolles Video. Zuerst macht ihr ein außergewöhnlich gutes Intro, hoffe ich zumindest. Und dann sagt ihr, wenn ihr was über die Einstellung wissen wollt, dann geht es zu den anderen YouTubern. Der Grund für das Video war aber ursprünglich ganz anderer. Und zwar hätte das eben der letzte Teil sein sollen von der Restaurierung der alten Emco Unimate, was ich mir vor ein paar Wochen eben gekauft habe. Wenn ihr die Videoreihe verfolgt habt, da habe ich eben so alte Multifunktionsmaschinen zuerst restauriert und dann war eben das Hauptproblem, dass der Original 40 Watt Motor viel zu schwach ist. Weil ihr aber die Original Alugussbrücken, die was da bei der Emco dabei war, nicht zerstören wollt, habe ich noch ein kurzer Hund eben eine neue Brücke ausgefräst und als Antriebsmotor eben so einen kleinen 100 Watt GMC Motor verwendet. Die großen Brüder von diesen unter Anführungszeichen Minimotoren habe ich ja schon in zahlreichen Videos verwendet. Zum Beispiel eben als Spinnlohntrieb für die Klippfeld, die ich umgebaut habe. Derzeit verwende ich einen 1 kW Motor sowohl für die C&C Umbau Drehmaschinen als auch für mein aktuelles Projekt. Nämlich die Wabeko-Version-Bau. Die ganzen Padhorns von mir, die was mittlerweile diese Maschinen nachbauen, haben auch entweder den 750 Watt Servo, also den großen oder den Anker B-Servo verwendet. Das ist einfach ein Motor, der was leicht zum Parametrieren ist, obwohl er eben, oder obwohl das Ganze eben nur mit den kleinen Display bei der Endstufen funktioniert. Und man kann ihn leicht in der C&C Steigerung integrieren, aber natürlich auch alles manuell starten. Also man braucht, wenn man jetzt sagt, man tut manuell Drehrichtung und eben Drehzoll ändern, dann braucht man nicht einmal eine Steigerung, sondern kann das Ganze auch wieder original Endstufe machen. Ist zwar nicht so komfortabel, weil man das Ganze dann eben mit den kleinen Dippscholtern machen muss, aber möglich ist es. Für kleinere Maschinen bzw. für die kleinen GMC-Motoren, also da rede ich jetzt von den 100 Watt GMC-Servos bis zu den 660 Watt Servos, das sind also die mit der integrierten Endstufe, braucht man nur so eine kleine Steuerung. Die Steuerung habe ich auch das erste Mal eben vorgestellt, wie diese Bohrmaschinen eben restauriert und umgebaut habe, also meine kleine Tischbohrmaschine. Die Steuerung läuft mit der Bohrmaschine mittlerweile schon seit zwei Jahren ohne Probleme und der kleine 180 Watt Servo, den man sich da für die Maschinen eben verwendet hat, ist er stark genug, dass ich in Aluminium M8 Gewinde bohren kann und in Stahl ist bei M6 Schluss, aber das reicht eben für diese kleine Tischbohrmaschine. Meine ersten Tests mit der Steuerung, das war damals eben noch mit Schrittmotoren, was natürlich nicht gar so toll ist, weil Schrittmotoren eben nicht so einen guten Drehmomentverlauf haben. Das heißt, sie haben zwar bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment, also viel Kraft, aber je höher nachher eben die Drehzahl wird, desto mehr bricht dieses Drehmoment ein. Und zum Fräsen bzw. zum Drehen ist das nachher eben nicht gar so gut geeignet. Ich habe mit denen nachher trotzdem ein bisschen umeinander gespielt. Ihr kennt es wahrscheinlich noch die Videos, die ich schon vor Jahren gemacht habe, wo ich eben bei meiner MK Maximat Standard die Positionierung vom Spindelkopf damit gemacht habe. Das hat gut funktioniert, aber wenn ich jetzt Stahl drehen will mit einem Schrittmotor, nachher funktioniert das einfach nicht. Ich habe ihn mit Hybrid-Servos umeinander gespielt. Das ist eine recht kostengünstige Möglichkeit, um so eine Hobby-Fräsmaschine oder so eine kleine Hobby-Drehbank eben mit einem unter Anführungszeichen Servomotor auszurüsten. Das ist nämlich kein richtiger Servo, sondern so ein Mittelding zwischen einem Closed-Loop-System und einem Servomotor. Aber er hat trotzdem einen interessanten Drehzahlverlauf. Also man ist dort zwischen 40 und 2700 Umdrehungen. Und was wichtig ist, er hat da oben noch genug Kraft, dass man damit eben vernünftig arbeiten kann. Trotzdem habe ich mich dann recht früh eben für richtige Servosysteme entschieden. Zuerst habe ich mit einem kleinen 400-Watt-Servo von GMC umeinander gespielt. Und wie man sieht, mit einem 80-Gammeserkopf in Aluminium, ich glaube da habe ich zwei Millimeter zugestellt, ich weiß das natürlich nicht mehr genau. Aber dieser kleine 400-Watt-Servo hat wirklich genug Bauer, um mit einer kleinen Übersetzung eben auch in Aluminium vernünftig arbeiten zu können. Was ich mir am Anfang nie gedacht hätte. Ich bin dann trotzdem dazu übergegangen, dass ich bei meinem Drehfräszentrum den großen Ankaw-Servo verbaut habe, der mich bis jetzt nie enttäuscht hat. Also ich habe sehr viel Zeit damit verschwendet, verschwendet deshalb, weil es durchaus bessere Möglichkeiten gäbe, ein Gewinde auf einer Fräsmaschine herzustellen, als wie ein Servomotor zu synchronisieren. Ich habe es nachher trotzdem geschafft, habe das aber ehrlich gesagt nicht gar so oft verwendet. Also ich tue lieber die Bohrungen zentrieren und gehe nachher zu meiner kleinen Tischbohrmaschine und mache da eben nachher die Gewinde. Also ich habe es heutzutage viel am Anfang mit einem Drehstrommotor, mit FU, oder man braucht eigentlich hinter dem Land FU dazu, beziehungsweise mit einer 0815-Kina-Spinnel, so wie ich es bei meiner Portalfräsen habe, ein Gewinde zu fräsen. Und deshalb bilde ich mir die ganze Arbeit, die ich damals eben gehabt habe, weil ich mich eben mit den Servomotoren noch gar nicht so richtig ausgekennt habe. Bis ich eben als erstes vernünftige Gewinde der Bord habe, würde ich heute nicht mehr auf mich nehmen. Um noch einmal darauf zu kommen, da sieht man einmal so einen Größenvergleich. Links ist der kleine 1kw Servo, rechts ist der 2,2kw Henning-Motor, der was zum Beispiel bei der Vaweco verbaut war. Ebenfalls ein Top-Motor, aber man sieht da eben, erstens einmal wie schwer der ist, oder was der für eine hohe Masse hat. Da haben wir hoch, der da eben aufbaut, weil Obermotor eben durch der FU dazukommt und die Steuerung. Und da kann man sich eben mit so einem kleinen Servomotor erstens einmal viel Gewicht sparen. Und zweitens wird man eben drauf kommen, dass so ein 1kw Servo oder 1,2kw Servo genug Kraft hat, um eben auch vernünftig in Stahl zu arbeiten. Was man halt braucht, aber was eigentlich für jeden, der so kleine Portalfräsen oder halt eine andere Fräsmaschine hat, überhaupt kein Problem ist, man muss sich halt noch so einen Anbausatz machen. Den findet ihr eben auf meinem Patreon-Account. Der ist eben für die Vaweco. Der ist zweiteilig. Unten 20 mm Aluminiumguss, oben 35 mm und die zwei langen Lecher sind noch dazu da, dass man den Riemen eben sparen kann. Um nochmal hinterzukommen, was ist interessant für Leute, die jetzt sagen, okay, sie wollen so einen Servomotor verwenden, haben aber keine CNC-Steuerung und wollen das auch nicht. Wie gesagt, die großen Servos kann man ganz normal mit der N-Stufen regeln, also eben auch manuell. Die zweite Möglichkeit ist eben diese kleine Servo- bzw. Schrittmutter-Steuerung, die ich schon öfter verwendet habe. Das ist eine sehr günstige Lösung, die was sogar gar nicht so schlecht funktioniert. Und die dritte Möglichkeit ist, das ist jetzt das Neueste, was ich eigentlich so ausprobiert habe. Das ist das HF020. Kriegt man ganz normal über AliExpress oder Amazon. Und der bietet nachher noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also man kann damit den Servo, bzw. eigentlich nicht den Servo, sondern die Steuerung apparemmentieren. Man hat die Möglichkeit der Drehzollanzeige über das kleine Display. Man kann auch die Tasten einzeln einstellen. Das heißt, man hat Dauerlauf oder nur kurzzeitigen Lauf, wenn man jetzt die Tasten druckt. Oder man kann einen gewissen Weg vorgeben. Man kann aber mit dieser kleinen und der Umführungszeichen Steuerung auch Endscholter integrieren und dann zum Beispiel Wege definieren. Du setzt die Steuerung bis zu einem Endscholter oder halt, dass der Motor bis zu einem Endscholter läuft und nachher in die andere Richtung geht. Oder er scholtet ab. Einziges Problem, die Anleitung ist Englisch, Chinesisch, irgendwie so ein Mischmasch und recht lang. Also ich habe mehrere Stunden damit verbracht, dass ich das Ganze so halbwegs ins Deutsch übersetzt habe. Das sind 30 A4 Seiten. Und von diesen 30 A4 Seiten hätte ich mir 28 Seiten sparen können. Weil das wirklich für Anwendungen ist, die sie in 100 Jahren nicht brauchen werden. Man kann mit dieser HF020 zum Beispiel auch super Torantriebe programmieren und, 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 und. Ich glaube nicht, dass wir mir das als Hobbyanwender brauchen. Ja, das Wichtigste natürlich zum Schluss, der Preis. Also wenn man jetzt so ein kleines Servosystem mit einer Steuerung und wenn man ein Netzteil braucht, noch ein Netzteil kauft und da als Vergleich zum Beispiel einen Rehstrommotor hernimmt mit einem FU und vielleicht nur einem Filter, dann wird man raufkommen, dass da gar nicht mehr so viel um ist. Natürlich gibt es High-End-Servosysteme, die es ein paar tausend Euro kosten, aber das brauchen wir mir nicht. Oder halt ich brauche es zumindest nicht. Ja, und damit ist der letzte Teil von der Restauration der MQ Unimat beendet, wo ich ein bisschen ausgeschweift bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die MQ Unimat lauft. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Lasst mir ein Like hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Patreon-Account unterstützt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!